Ich glaube, er ist wirklich angeschlafen. Sollen wir irgendwas wie ein ganz lautes Schreien? Lassen wir mal beide gleichzeitig auf die Tasten hauen. Das kann ich gar nicht. Weißt du nicht, wo die sind? Nein. Öffne mal das Skype-Famze mit dem Gespräch. Ja. Und neben der Lautstärke-Regierung auf den Pfeilen nach unten. Ja. Display der iPad. Okay. Auf drei, okay? Ja. Eins. Zwei. Drei. Drei. Was? Zu oben. Oh. Oh. Oh, die haben fast noch gefallen. Jepisch. Oh, ich, das war nicht. Oh.